Habe die Ehre, es ist Freitagabend. Mein Name ist Daniel Muletz und herzlich willkommen zu DoubleJump, deinem werktäglichen Game-News-Podcast. Auf DoubleJump präsentiere ich dir Montag bis Freitag um normalerweise 7 Uhr in der Früh die wichtigsten und interessantesten Game-News-Stories des Tages. Normalerweise veröffentliche ich hier neue Episoden immer um 7 Uhr in der Früh, aber heute Morgen hatte ich bereits um 7 Uhr in der Früh einen Termin, weshalb es mir nicht möglich war, die Episode bis dahin abzuschließen. Aber hey, ihr wisst, es wird bei mir kein Tag ausgelassen. Von dem her starten wir gleich in die Vorschau der heutigen News. Nach den Verschiebungen der letzten fast zwei Wochen ist es bereits eine News, dass Half-Life Alyx wohl nicht verschoben wird. Stardew Valley hat sich über 10 Millionen Mal verkauft. Shakedown Hawaii wurde von den ESRB in Amerika für die Wii U Alters eingestuft. ByteDance, die Besitzer von TikTok steigen in Games ein. Nintendo hat eine Klage gewonnen, die der deutsche VZBV und der norwegische Verbraucherschutz gegen Nintendo eingereicht hatten. Und wie am Ende jeder Woche, reden wir auch heute wieder über die aktuellsten Game- und Hardware-Verkaufszahlen aus Japan. Wenn du Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh mit den wichtigsten und interessantesten Game-News-Stories des Tages automatisch in deiner Podcast-App informiert werden möchtest, dann abonniere jetzt DoubleJump in Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder generell jeder Podcast-App deiner Wahl. Sogar auf YouTube ist DoubleJump verfügbar. Und du hast den großen Vorteil, sobald du DoubleJump abonniert hast, dann wird dich deine App mit einer Notification informieren, sobald die neueste Episode online ist. Es ist das Ende der Woche. Von dem her, lasst uns super positiv in diese Episode starten. Nach den 5 riesigen Verschiebungen der letzten fast 2 Wochen hat Valve jetzt zumindest mal bestätigt, dass Half-Life Alyx soweit fertig ist. Valve erwartet nicht, dass Half-Life Alyx noch irgendwie in letzter Minute verschoben werden müsste. Nämlich, Valve ist nur noch in den letzten Fixes und Qualitätsverbesserungen und deswegen meinen sie, dass sie das Release im März halten können. Valve hat ja von vornherein sowieso den Vorteil für das Release von Half-Life Alyx. Da haben sie nie ein exaktes Release-Datum angegeben, nur das Monat März. Nicht vergessen, falls du das Valve Index VR Headset besitzt, dann wird das Game für dich kostenfrei zum Download zur Verfügung stehen und für alle anderen, die kein Valve Index besitzen, wird das Game 49,99 kosten. Valve Index ist jetzt bereits seit Monaten ausverkauft, von dem her bis zum Release von Half-Life Alyx wirst du es wohl schwer haben, das Gerät zu finden, wenn du es echt kaufen möchtest. Aber wenn du ein Gerät erwischst, dann lass mich wissen, wie es dir gefällt. Denn ich liebäugel auch schon sehr mit VR, aber bislang halte ich mich noch etwas zurück mit einer Kaufentscheidung. Also ich hätte es mir ja nicht vorstellen können, aber die Wii U, die lebt noch immer. Nämlich, weil jetzt drei Jahre, nachdem Nintendo aufgehört hat, Games für Wii U zu veröffentlichen, hat in Amerika die ESRB das Game Shakedown Hawaii für die Wii U Alters eingestuft. Das ESRB ist das Entertainment Software Ratings Board, das ist die amerikanische Version vom deutschen USK bzw. vom europäischen PG. Prinzipiell ist für Shakedown Hawaii auf der Wii U noch kein Release angekündigt. Aber der Entwickler hatte auf Twitter im Dezember bereits immer wieder Pixelart von der Wii Fernbedienung, dem Classic Controller und anderen Sachen gepostet. Verständlicherweise haben Twitter-Nutzer im Dezember das Ganze für Scherze gehalten. Aber jetzt, wo eben ESRB Shakedown Hawaii für die Wii U Alters eingestuft hat, scheinen diese Twitter-Posts ernsthafte Hinweise gewesen zu sein. Wenn das Game dann für die Wii U erscheint, wird es wohl eines der letzten Games überhaupt sein, wenn nicht prinzipiell das letzte Game überhaupt. Das, drei Jahre nachdem der originale Hersteller das Gerät nicht mehr wirklich unterstützt, Hut ab vor dem Entwickler Wii Blank Entertainment. Wenn es um erfolgreiche Indie-Games geht, dann ist wohl Stardew Valley neben Minecraft eines der größten Beispiele dafür überhaupt. Nämlich jetzt wurde bekannt, dass Stardew Valley mittlerweile 10 Millionen Einheiten verkauft hat. Eine Idee, ein Entwickler mit so einer gewaltigen Leidenschaft dahinter, nämlich bis zum Release der ersten kaufbaren Version des Games, Version 1.0, hatte der Entwickler Eric Barone das Game komplett allein gemacht und nicht nur entwickelt, sondern auch Sound, Grafik, Game Design, Texte und so weiter und so fort. Er hatte bis zum Release der ersten kaufbaren Version absolut keine Hilfe. Und jetzt, damit eines der größten Indie-Games der Welt und da die Inspirationen des Games Harvest Moon und Story of Seasons einfach nicht mehr an die alten Qualitäten und Erfolge herankommen, wird es jetzt wahrscheinlich auch das größte Game in diesem Simulation-RPG-Genre sein. Auf jeden Fall ist es auf alle Fälle das beste Game in diesem Genre. Ich muss sagen, ich feiere Eric Barone wirklich. Und ich bin ja auch schon sowas von neugierig darauf, was das nächste Game wird, welches Eric Barone entwickeln wird. ByteDance, das chinesische Unternehmen hinter TikTok, die haben bereits im März 2019 angekündigt, dass sie in Videogames einsteigen wollen. Diese Woche kam jetzt ein Bericht vom Bloomberg Business Magazin heraus und Bloomberg weiß von wirklich verlässlichen Quellen, dass ByteDance jetzt bereits die ersten beiden Games im Frühling dieses Jahres veröffentlichen soll. ByteDance, die sind in der Expansion in Games wirklich super aggressiv. Laut Bloomberg haben sie bereits tausend Angestellte in China. Die Games sollen von Anfang an gleich in China und im Westen veröffentlicht werden. In der Vergangenheit hatte ByteDance bereits wirklich Hyper-Casual-Games veröffentlicht. Klitzekleine Mini-Games, die man in TikTok spielen kann. Ich muss zugeben, da ich kein TikTok-Nutzer bin, habe ich jetzt keine Ahnung, wie man diese in TikTok spielt, aber das war für diese kurzfristigen Games die Plattform, wie man darauf zugreifen konnte. Aber die neuen beiden Games, die jetzt noch im Frühling erscheinen werden, das sollen vollwertige Games sein. Zu Beginn zwar auch noch Smartphone-Only, aber später dann auch auf mehr Plattformen. Wenn man sich den Aufbau von ByteDance Game-Entwicklung anschaut, scheinen sie sich da keine Kosten und Mühen zu scheuen, nämlich im Rahmen der tausend Angestellten haben sie auch zwei MMO-Studios zum Beispiel komplett aufgekauft, eines namens Pangu Game Studio, welches bekannt ist für das 2015 erschienene MMO Revelations Online und ein zweites chinesisches Studio namens Shanghai Mokun. Diese sind in China speziell für MMOs bekannt und genauso hat ByteDance bereits Entwickler von direkten Konkurrenten abgeworben. Der größte Konkurrent von ByteDance, Tencent, die sind ja schon super früh in Games eingestiegen. Und jetzt, vor allem durch ihre Games-Investitionen, sind sie eines der größten Unternehmen der Welt. Momentan, da haben wir gerade ja erst vor wenigen Tagen darüber geredet, ist Tencent in Verhandlungen mit den Investoren von Funcom, dem norwegischen Entwickler hinter Conan Exiled. Tencent will Funcom zu 100% aufkaufen. Für chinesische Firmen wie ByteDance, Tencent und so weiter sind Games ein massiver extra Einkommensstrom und eines der beliebtesten Geschäftsfelder derzeit. Und wenn man sich die Lage mit ByteDance, Alibaba, Tencent und so weiter ansieht, ist es das erste Mal, dass solche chinesischen Technikfirmen untereinander Konkurrenz haben, wie man das sonst eher im Westen hat. Ich muss ehrlich sagen, so skeptisch wie ich bin, bin ich genauso gespannt auf die Entwicklungen. Sobald das erste ByteDance-Game bei uns im Westen herauskommt, werde ich es auf alle Fälle probieren. Und diese News wird jetzt Fanboys teilen. Kurzum, Nintendo schert sich einfach nicht um ihre Kunden. Die norwegische Verbraucherschutzbehörde, die haben sich letztes Jahr mit dem deutschen VZBV verbündet, um Nintendo vor dem Landesgericht Frankfurt zu klagen. Nämlich, Nintendo-E-Shop-Käufe sind so oder so nicht umtauschbar. Was ja bei einem downgeloadeten Game, welches funktionell ist, eigentlich man argumentieren kann, ja, wäre okay. Aber bei Vorbestellungen, dass man diese nicht umtauschen kann, das ist ja wirklich sowas von gegen den Konsumenten, wirklich sowas von gegen den Kunden. Und jetzt das Traurige dabei, das Landgericht Frankfurt hat Nintendo in jeder Instanz recht gegeben. Die Praktik von Nintendo, dass man Vorbestellungen nicht umtauschen lassen kann, das ist weiterhin legal. Nintendo darf es weiterhin ablehnen, wenn du bei ihnen ansuchst, dass du deine Vorbestellung stornierst. Warum das Gericht Nintendo recht gegeben hat, das ist mehrgründig. Zum einen schon mal in den AGB von Nintendo, welche man prinzipiell beim Kauf im E-Shop, ich sag's mal unter Anführungszeichen, lesen sollte, weil, seien wir uns ehrlich, wer liest AGB? Das macht keiner von uns. Aber diese AGB, mit den Haken, die du bei jedem Kauf setzt, bestätigst du dann nochmal die ganzen Regelungen. Und diese AGB, die greifen halt bei jedem Kauf, egal ob es eine Vorbestellung ist, oder ein direkter Download eines funktionellen Games. Und einer dieser Haken, der bedeutet, dass du im Rahmen der AGB auf dein komplettes Widerrufsrecht verzichtest. Und nachdem du den Kauf erfolgreich getätigt hast, wird der Shop automatisch bei deiner Vorbestellung eine nicht nutzbare Vorabversion des Games herunterladen. Glücklicherweise haben das VZBV und die norwegische Verbraucherschutzbehörde bereits Berufung eingelegt. Von dem her kann man davon ausgehen, dass das Ganze noch für geraume Zeit vor Gerichten ausgefochten wird. Wie lange? Das kann noch keiner sagen. Das steht in den Sternen. Aber jetzt ehrlich, das kommt von mir als ehemaliger Nintendo-Mitarbeiter. Das ist einfach traurig. Was ist los mit euch? Bei Microsoft und bei Sony in den Storefronts, da kannst du jederzeit die Vorbestellungen umtauschen. Denn Microsoft und Sony, die beide erzwingen nicht, dass du bei einer Vorbestellung automatisch Daten herunterladen musst. Da frage ich mich ehrlich, ist Nintendo sowas von geldgierig? Das ist einfach arm. So antikonsumeristisch bei so einer loyalen Fanbase, wie die, die kaum eine andere Firma hat. Nicht mal Sony-Fanboys sind solche Fanboys, wie die bei Nintendo. Und eigentlich bin ich ja auch noch immer selbst irgendwie ein Fanboy. Aber ich hoffe, das wird zum Sieg der Verbraucherschützer führen. Oder, wenn nicht, dass Nintendo dann vorher, bevor die Gerichtsprozesse abgeschlossen sind, den Vorbestellungsprozess im eShop so ändert, dass nicht mehr von vorherein die Daten dann automatisch heruntergeladen werden. Denn dann, solange kein Download stattfindet, dann kann man ja argumentieren, dass man jederzeit die Vorbestellung stornieren können sollte. Und am Ende der heutigen Episode, wie immer am Ende jeder Woche, meine Lieblings-News, die aktuellsten Game- und Hardware-Verkaufszahlen aus Japan. Wie immer stammen diese Zahlen vom japanischen Game-Magazin Famitsu und wurden übersetzt vom amerikanischen Game-Magazin Gematsu. Die aktuellsten Zahlen stammen für die Woche zum 19. Januar. Und was da schon mal wirklich krass ist, das ist, dass die Top-Tender-Games diese Woche massiv durchgeschüttelt wurden. Pokémon Schwert und Schild sind tatsächlich nicht mehr auf Platz 1, sondern, obwohl die Verkäufe gemeinsam getrackt werden, sind beide Games gemeinsam runter auf Platz 3, mit gemeinsam nur noch 55.604 Einheiten. Der neue Platz 1, das ist Yakuza 7 Like a Dragon für die Playstation 4. Das hat sich 156.993 Mal in dieser Woche verkauft. Platz 2, das ist Dragon Ball C Kakarot für Playstation 4. Genauso wie Yakuza 7 ebenfalls neu erschienen und das hat sich 89.437 Mal verkauft. Weitere neue Games in den Top 10 sind auf Platz 5 und 6. Auf Platz 5, da ist Romance of Three Kingdoms 14 für Playstation 4. Das hat sich 20.095 Mal verkauft. Und das Nintendo Switch-exklusive Tokyo Mirage Sessions FE auf Platz 6. Das hat sich 18.797 Mal verkauft. Tokyo Mirage Sessions, das war ja lange in einer Kontroverse verstrickt, nämlich prinzipiell schon mal im Voraus, das Game ist ja ein Wii U-Port, aber es war in der Kontroverse, denn weltweit als Grundlage für den Port verwendet Nintendo die westliche Version des Games, welche im Vergleich zur japanischen Version drastisch zensiert war. Platz 4, 7, 8, 9 und 10, die sind wieder altbekannt, nämlich Ring Fit Adventure, Dr. Kawashimas Gehirnjogging für den Nintendo Switch, Minecraft für den Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, und wenn ich mir nochmal die Top 10 anschaue, neben dem, dass die neuen Games das durchgeschüttelt haben, ist, was mir richtig auffällt, an den Zahlen eben, die Weihnachtszeit ist vorbei. Im Vergleich zu Dezember und, okay, auch noch die ersten beiden Januarwochen, sagen wir mal, sind die Verkäufe in der letzten Woche drastisch gefallen. Besonders bei Pokémon fällt's auf, wenn man darüber nachdenkt, dass seit November bis in die ersten beiden Januarwochen hinein, Pokémon meistens so bei um die 100.000 bis 150.000 oder sogar noch höheren Zahlen war. Genauso wie die Game-Verkaufszahlen gefallen sind, sind ebenfalls die Hardware-Verkaufszahlen gefallen. Nintendo Switch und Switch Lite, wie immer sind sie weiterhin führend, aber runter auf 96.478 Einheiten. Playstation 4 und Pro, die sind gemeinsam runter auf 6.325 Einheiten und Xbox One und One X, die sind wieder runter in den zweistelligen Bereich. 74 Einheiten. Ich bin ja persönlich noch echt gespannt, wie sich in Japan die Verkäufe bis April aufrechterhalten werden. Nämlich im Februar passierte nichts megagroßes, im März dann Doom Eternal und Animal Crossing. Animal Crossing, das wird sicher riesig, aber nicht so wie im April, wenn Resident Evil 3 Remake und Final Fantasy 7 Remake erscheinen. Ich gehe davon aus, richtige japanische Sales-Explosionen, die sehen wir erst wieder im April. Was meint ihr? Wenn du die heutigen News-Stories im Detail nachlesen möchtest, findest du alle Links dazu in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast-Player und in den Shownotes auf www.doublejump.at. Und jetzt bist wieder du an der Reihe. Ich möchte deine Meinung zu den heutigen News-Stories wissen. Bist du ein Valve-Index-Besitzer? Wirst du dir Half-Life Alyx gratis herunterladen? Spielst du, so wie ich, noch immer ab und an Stardew Valley? Bist du vielleicht sogar noch ein Wii U-Besitzer? Und wenn ja, hat Shakedown Hawaii für dich dann eine Relevanz? Nintendo Fanboys und Fangirls sagt mir, wie falsch ich damit liege, dass ich auf der Seite vom Verbraucherschutz stehe und die aktuellen Game- und Hardware-Verkaufszahlen aus Japan. Hast du dir sie ungefähr so vorgestellt? Hinterlass mir deine Meinung in einem Kommentar auf Apple Podcasts oder auf Instagram. Auf Instagram, da findest du DoubleJump unter DoubleJump.at. Alles zusammengeschrieben als ein Wort. Aber Apple Podcasts wie auch Instagram findest du beide verlinkt in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast-Player und in den Shownotes auf www.doublejump.at. Ich beantworte jedes Kommentar auf Instagram persönlich und das interessanteste Kommentar des Tages, das nehme ich dann für die direkt darauf folgende Podcast-Episode her und beantworte dieses Kommentar dann in diesem Podcast in Gesprächsform. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann bewerte DoubleJump bitte positiv auf Apple Podcasts und wenn es dir nicht gefallen hat, dann gleich bitte negativ. Meine Damen und Herren, das war es dann für diese Spätausgabe von DoubleJump, deinem werktäglichen Game-News-Podcast. Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass morgen am Samstag, dem 25. Januar um 20 Uhr die nächste Episode von DoubleJump Weekly live streamt wird auf Twitch.tv Um es nicht zu verpassen, abonniere DoubleJump auf Twitch unter twitch.tv slash doublejump-podcast. Im morgigen Livestream dann, haben wir auch wieder einen neuen Gast. Ich will noch nicht zu viel verraten, es soll eine Überraschung sein, aber schon mal so viel vorweg, dieser Gast arbeitet momentan auch in der Games-Branche. Na dann, mein Name ist Daniel Mulitz, das war DoubleJump, dein werktäglicher Game-News-Podcast und ich freue mich, euch morgen live bei DoubleJump Weekly zu hören. Solltest du im Worst Case den Livestream verpassen, dann keine Sorge, die Aufzeichnung des Livestreams wird dann natürlich ebenfalls morgen als Podcast-Episode veröffentlicht. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Habe die Ehre! Habe die Ehre! Habe die Ehre! Habe die Ehre!